Meine Hauptmission in diesem Winter hier auf La Palma war herauszufinden, welche Erfolgsstrategien und Erfolgstipps den grössten Impact hatten auf den Erfolg meiner fünf Firmen und auf meinen persönlichen Erfolg. Und das war eine total spannende und faszinierende Aufgabe. Ich habe dann zwölf Hauptstrategien identifiziert, dann kam noch Nummer 13 dazu, inzwischen sind es 14 Stück. Ich benutze den Oberbegriff Gamechanger. 14 Gamechanger. Ich weiß nicht, ob Sie mich schon kennen. Ich bin ja seit 1994 aktiv in der Weiterbildungsbranche. Unsere Produkte finden Sie in ungefähr 200.000 Haushalten. Ich bin unter anderem der Gründer des Rusch Verlages, des Aufstocker Verlages, der noch Erfolgreicher AG, wo die Zeitschrift noch Erfolgreicher seit einem Viertel Jahrhundert erscheint, Rusch Consulting und des Alex Rusch Instituts. Ich wollte dieses Video hier kurz halten, denn wir haben gesehen, dass kürzere Videos eine stärkere Verbreitung finden auf Social Media. Aber ich mache hier jetzt noch ein längeres Video über diese Gamechanger. Sie können sich dieses Video anschauen, direkt ohne Login unter alexruschinstitut.com Schrägstrich Gamechanger. Mein Team fügt hier jetzt auch noch den QR-Code ein. Somit können Sie einfach mit dem Smartphone den QR-Code abfotografieren und Sie kommen direkt zu diesem Hauptvideo. alexruschinstitut.com Schrägstrich Gamechanger. Hier ist Alex Rusch aus La Palma.